Schön, dass ihr wieder vorbeischaut bei PC SOS TV. Unser heutiges Video widmen wir dem Übertakten des Prozessors. Ein Thema, das vielleicht eher die forcierten Schrauber unter euch anspricht, aber ich werde mir Mühe geben, es trotzdem einfach und verständlich zu erklären. Eines ganz klar vorweg bei diesem Thema. Jeder, der das nachfolgend Gezeigte nachmacht, handelt auf eigene Gefahr. Es kann relativ schnell zu Hardware-Schädigungen kommen. Wir übernehmen keinerlei Verantwortung und versuchen euch aber so gut es geht vor den schwerwiegenden Folgen zu bewahren. Bevor wir ans Eingemachte gehen, empfehlen wir euch erst den Download ein paar kostenloser Tools aus dem Internet. Dazu zählen AIDA64, ein Tool, das euch weitreichende Auskünfte über installierte Hard- und Software liefert. Alternativ oder als Ergänzung zu AIDA könnt ihr euch das Tool CPU-Z downloaden. Und wichtig, später für die Überprüfung der Stabilität eures Systems, wäre noch Prime95. Die Tools stehen aktuell noch alle kostenlos bei Chip Online zum Download zur Verfügung. Nun ein wenig Theorie zum Thema Übertakten. Die Theorie ist eigentlich der komplexeste Teil des Videos, die eigentliche Arbeit am PC später wird wesentlich leichter. Hier seht ihr eine Skizze, die ganz grob zeigt, in welcher Relation Prozessor, Mainboard und andere Komponenten stehen und wie sie miteinander verknüpft sind. Das Mainboard ist aufgeteilt in zwei Teile, die Northbridge und die Southbridge. Die Northbridge verfügt über Busse zu den wichtigen Komponenten wie Arbeitsspeicher, PCI-Steckplätze und natürlich zum Prozessor, dem Herzstück des Computers. Ganz allgemein gesprochen kann man anstelle von einem Bus auch von einer Schnittstelle reden, die es ermöglicht, Daten an mehrere Teilnehmer zu übertragen. Der Bus zum CPU nennt sich auf Englisch Frontside Bus. Damit sind wir schon ziemlich nah dran am eigentlichen Thema. Der Prozessortakt, sprich zum Beispiel 3,3 GHz, setzt sich zusammen aus der Taktung des Frontside Bus multipliziert mit einem Multiplikator. Der Frontside Bus gibt zudem den Takt der anderen Komponenten vor. Das heißt, wird der FSB-Takt verändert, hat dies auch auf die anderen Komponenten eine Auswirkung. Die Veränderung des FSB-Taktes ist eine der am weit verbreitesten Methoden des Übertaktens oder auch Overclocking im Englischen. Da der Multiplikator bei den meisten CPUs wie Intels Pentium 4 oder Dual-Core-Prozessoren meistens gefixt ist, kann man ausschließlich über den FSB übertakten. Es gibt Ausnahmen wie die Extreme Editions von Intel oder die Black Editions von AMD, bei denen der Multiplikator nach oben nicht gesperrt ist. Großer Nachteil der Methode ist allerdings, dass die abhängigen Komponenten wie RAM und PCI-Steckplätze ebenfalls mit übertaktet werden, sobald man den FSB-Takt ändert. Und hier ist Vorsicht geboten, da nicht alle Komponenten dafür ausgelegt sind. Die Lösung besteht darin, den FSB nur in festgelegten Schritten zu übertakten, damit kein asynchroner und schädlicher Takt der Komponenten entsteht. Bei den vorher angesprochenen Extreme Edition Prozessoren und den CPUs der Sandy Bridge Generation ist der Multiplikator größtenteils nicht mehr gefixt. Demnach wird das Übertakten beinahe zum Kinderspiel. Durch die Veränderung des Multiplikators erreicht man sehr schnelle und hohe Taktfrequenzen und hat zugleich weniger Abstimmungsprobleme mit den anderen Komponenten. Unser Beispiel, das jetzt folgt, haben wir mit einem Intel Core i5 Prozessor durchgeführt. Zuerst einmal machen wir zu besseren Veranschaulichung ein CPU-Benchmark-Test. Benchmark-Tests gibt es ebenfalls kostenlos zum Download. Sie bewerten die Leistung eines PCs nach verschiedenen Kriterien, damit man Computerleistungen besser vergleichen kann. Unser Core i5 mit originaler Taktung erhält im CPU-Benchmark-Test 6053 Punkte. Jetzt werden wir den Prozessor übertakten und starten im PC dazu neu. Während dem Boot-Vorgang müsst ihr die Taste drücken, die euch in das BIOS bringt. In vielen Fällen gelangt ihr ins BIOS durch das Drücken der Entfernen-Taste. Das BIOS ist im Grunde die Schaltzentrale eures Rechners, mit deren Hilfe ihr beinahe alle Funktionen verwalten und beeinflussen könnt. Dort angekommen, folgt ihr den Schritten im Video. Ihr navigiert mit den Pfeiltasten sowie Enter zur Bestätigung. Die Steuerung ist aber meistens in der untersten Zeile aufgelistet. Zuerst auf MB Intelligent Tweaker, anschließend in die Advanced Frequency Settings, wo ihr die Kennzahl des Multiplikators sehen könnt. Aktuell taktet der CPU mit 33 x 100 MHz, was zu einer Taktfrequenz von 3300 MHz pro Kern führt. Nicht zu vergessen, wir arbeiten ja mit einem Vierkernprozessor. Wir verändern den Multiplikator nun auf 35-fach, sodass jeder Kern mit 3500 MHz taktet. Jetzt navigiert ihr wieder in das Untermenü und wählt den Punkt Advanced Voltage Settings aus. In diesem Menü könnt ihr die Spannung an eurem CPU verändern. Das ist auf jeden Fall mit Vorsicht zu genießen. Solltet ihr den CPU sehr hoch übertakten, müsst ihr eventuell auch die Spannung anheben, da sonst das System nicht mehr stabil läuft. Genaue Werte hierfür müsstet ihr in Computerforen nachschauen. Ein Prozessor wie unser Core i5 kann aber in der Originaltaktung als auch leicht übertaktet mit weniger Spannung versorgt werden. Weniger Spannung bedeutet weniger Hitzeentwicklung. Die Temperatur ist ein sehr wichtiger Punkt beim Übertakten. Neue Prozessoren sollten nicht langfristig über 60 Grad Celsius betrieben werden. Solltet ihr sehr hoch übertakten, müsst ihr davor abklären, ob euer Kühlsystem dafür ausgelegt ist. In unserem Beispiel stellen wir die Spannung mal auf minus 0,13 Volt unter den Normalwert, um die Hardware zu schonen und weniger Hitze zu entwickeln. Bedenkt aber, wir haben den Multiplikator nur zweifach angehoben. Anschließend navigieren wir zurück ins Hauptmenü und drücken auf Save und Exit Setup, damit speichern wir die Veränderungen und starten den Computer neu. Bestätigt wird die Abfrage mit Z anstatt Y, da das BIOS mit dem englischen Tastaturlayout arbeitet. Nach dem Neustart öffnen wir AIDA64, um zu überprüfen, ob die Veränderung im BIOS auch wirksam war. Dort kann man nun ablesen, dass der CPU-Takt jetzt 3,5 GHz beträgt und das entspricht einer Übertaktung von ca. 6% gegenüber dem Originaltakt. Auch zu sehen sind der Multiplikator und der 100 MHz-Referenztakt des Frontside-Bus, den wir nicht verändern mussten. Ein weiterer Benchmark-Test liefert uns nun einen Wert von 6256 Punkten. Damit haben wir die Leistung des Prozessors um 203 Punkte verbessert. Wir empfehlen ausdrücklich, das System nun im übertakteten Zustand zuerst über einen Zeitraum von mindestens 12 Stunden mit Prime95 auf Stabilität zu testen. Sollten hierbei Abstürze auftreten, dann sind die Veränderungen nicht auf die Hardware abgestimmt. Häufige Fehlerquellen sind hierbei falsche Spannungswerte oder zu starke Hitzeentwicklung. Solltet ihr doch mal genug haben und ihr wollt euren Originaltakt des Prozessors zurück, könnt ihr im BIOS den Punkt Load Optimize Defaults anwählen und eure Veränderungen werden zurückgesetzt. Damit haben wir es wieder einmal geschafft für heute. Hoffentlich war das Thema verständlich aufbereitet und nicht zu anstrengend. Wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, postet sie einfach unter das Video. Und für alle, die heute gar nichts verstanden haben und denken, was seid ihr eigentlich für Freaks, keine Angst, bald folgt ein Video, mit dem ihr wieder mehr anfangen könnt. Wir bedanken uns recht herzlich fürs Anschauen und Abonnieren, euch noch viel Spaß beim Experimentieren und wir sind raus und bis bald, euer PC-SOS-TV-Team. Euer PC-SOS-TV-Team. Vielen Dank.